Jeff, 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 wenn der mit der Linken kommt, dann musst du deine Rechte mitschlagen. Den rechten Trossel hinüber, okay? Zunächst steckt er die Linke ein und dann zieht er die Rechte als Tross nach über die Schlaghand. An den Kopf von Danny Williams. Was für ein Treffer. Und da dachten viele schon, Gute Nacht Großbritannien, aber das war's noch nicht. Schauen Sie, wie der wieder hochkommt. Und erneut die Rechte, das muss jetzt doch jetzt langsamer sein. Erneut, was will er doch alles einstecken? Williams wird durch den Ring und jetzt kommt das Handtuch. Der Kopf ist zu Ende. Die Ecke wirft das Handtuch. Es ist vorbei. Gott sei Dank würde er sagen, Danny Williams. Und Sinan Zamilzam ist...